Und dumm läuft, dann haben wir noch viel länger diesen Online-Unterricht. Keiner weiß wie lang. Und wenn ich darüber reden möchte, wie wir besser werden, dann nicht über irgendwelche Clouds, wie wir Mails und irgendwas hin und her bringen. Viel wichtiger sind jetzt langsam die Inhalte. Und bei den Inhalten ist das Problem, die Inhalte stehen in Büchern. Das sind solche Aufgaben. Und die haben schon mal erstmal keine Lösungen. Also ich nehme das Beispiel jetzt in Mathematik. Den Schülern die Lösung zu kopieren und zu geben, ist immer ein Graubereich. Das nächste ist, die Lösung wird nicht erklärt von diesen Büchern. Und das dritte ist, dass es schwer ist, sich das vorzustellen. Würde sich diese Figur bewegen, drehen, dann könnte man sich es viel schöner vorstellen. Und daran könnte man was ändern. Die Schüler machen was. Die gehen auf YouTube und suchen. Und da finden sie auch alles. Die Pyramide ist ein schönes Beispiel, weil da gibt es nicht zu wenig, sondern eher zu viel. Das heißt also, man sucht mindestens eine Viertelstunde, bis man was findet, was genau zum Lehrplan passt. Und die Zeit der Schüler, das ist jetzt sowas, da sollte man jetzt ein bisschen vorsichtiger mit umgehen. Wir Lehrer versuchen so möglichst das. Jeder sucht selber Material für die Schüler. Das ist jetzt hier meine Seite für meine Schüler. Bevor ich da lang auf YouTube gehe, mache ich selber ein Video und verlinke das. Das ist nett. Das war schön. Das passt schon. Aber was ich mir jetzt überlegt habe, so der Kernpunkt dieses Videos ist, in Bayern gibt es 430 Gymnasien. Also das ist jetzt nur so ein Beispiel. Ich könnte jetzt auch über Grundschulen in Nordrhein-Westfalen reden oder über jede Schulart. Aber diese 430 Gymnasien, die Pyramide macht immer in der 9. Klasse. Also es muss es 1.009. Klasse ungefähr geben. Das heißt, 1.000 Lehrer in Bayern machen den gleichen Lehrplan, gleicher Lehrplan, gleiche Zeit, gleiches Niveau. Und dann, alle diese Lehrer sollen also das Rad neu erfinden. Jeder für sich. Ja, das soll jetzt hier so ein Speichenrad sein. Ja, jeder hat sein persönliches Radl. Und das ist nicht sinnvoll. Und den Punkt brauchen wir ein Profiteam. Das Ministerium finanziert Informatikfachkräfte, Lehrerkollegium, also ein paar Leute, die wirklich gut sind. Und die wirklich Zeit haben, das Zeug zusammen zu tun. Wir haben ja diese 1.000 Lehrkräfte, die können ja weiterhin da was liefern. Und selbst wenn da nur 100 mitmachen, das genügt schon. Dann haben wir jede Menge Zeug. Es gibt immer wieder die Forderung, ja, tut es euch doch zusammen. Aber nach meiner langjährigen Erfahrung, wenn nur die Lehrer sich austauschen, dann klappt das nicht, weil es ewig braucht, Materialien zu sichten, zu Layouten, zu sortieren. Und diese Zeit hat man am Abend einfach nicht. Also wir brauchen dieses Profiteam. Und die haben dann Zeit, so eine Community aufzubauen. Und dann wirklich die besten Sachen natürlich auf eine Website zu stellen. Das ist die Art, wie man es heute kommuniziert. Das ist alles online. Und das ist ja keine Hexerei. Das kriegen wir bis September, bis zum nächsten Schuler hin. Eine Einführung, die eben nicht nur aus Texten besteht, sondern auch irgendwelchen Pyramiden, die sich drehen und Erklärvideos. Vielleicht 1, 2, auch ein Drittes, das besonders ausführlich ist. Und ein Erstes, das sehr schnell ist. Da kriegt jeder sein Lieblingserklärvideo. Aufgaben, die eben, es gibt tausend Pyramidenaufgaben im Internet. Aber Aufgaben, die zu unserem persönlichen Lehrplan passen und dann ganz wenige. 1 bis 9 genügt. 3 leichte, 3 mittlere, 3 schwere. Bei so einer Webseite gibt es ja immer den Knopf mehr, ja, Punkt, Punkt, Punkt. Hinter diesen neun Kernaufgaben stecken noch 200 andere. Zentral sind die Ausblicke, ja. Also ich bin jetzt hier bei den Ausblicken. Wir machen ja nicht nur einfach Volumenrechnen fertig, langweilig. Vielleicht interessiert den einen so eine 4D-Pyramide, der andere macht irgendwie historisch Geschichte. Also unser Job als Lehrer ist immer dieses, das heißt immer entdeckendes Lernen. Aber die Idee fehlt mir. Also oft überlege ich, wie mache ich es spannend und es fällt mir nichts ein. Aber es gibt ja noch tausend andere Mathelehrer, die das gleiche Problem haben. Vielleicht haben die eine Idee. Und am Schluss natürlich einen Test. Und zwar eben auf unseren Lehrplan. Und dann schaue ich halt nach in dem Test, habe ich das verstanden, was braucht. Und wenn ich es nicht verstanden habe, dann suche ich mir irgendwelche von diesen 200 Zusatzaufgaben oder schaue das Video nochmal an. Dann gibt es noch einen zweiten Test. Ja, und den vielleicht einen dritten Test. Irgendwann habe ich es dann. Und dann weiß ich, geschafft. Ja, kann Freizeit machen. Die Frage bei diesen Materialien ist immer, wie schützen wir uns davor, dass irgendwelche Leute aus Berlin unsere bayerischen Inhalte sehen. Und die Antwort ist ganz klar, gar nicht. Das heißt, Open Educational Resources. Wir machen es frei wie Wikipedia. Kein Lehrer hat in Zukunft Angst, irgendwelche Rechte zu verletzen und damit irgendwelche Probleme zu bekommen. Es ist wie Wikipedia. Alles frei. Und Kern ist natürlich immer der Text und auch diese Erklärvideos. Wir sollten aber auch einfache Lernsoftware machen. Also, wo man hier ankreuzt, ich glaube, X ist 4. Sagen wir mal, ob es stimmt. Weil auch diese Erklärvideos, die sind ja schön, aber noch zu frontal. Also, wir brauchen so eine Interaktion. Und auch so einfache Sachen kriegen wir bis zum nächsten Schuljahr hin. Aber das ist nicht das Ziel. Also, gleichzeitig braucht man bei der Digitalisierung immer ein klares Ziel, wo wollen wir wirklich hin. Ja, und das kann es ja nicht sein. Also, wenn jemand was rechnet, dann sollte es heutzutage möglich sein, das mal zu fotografieren. Und dann soll mir das Smartphone sagen, wo ist der Fehler. Das gibt es schon in Ansätzen. Das gibt es noch nicht so, wie es sich gehört. Das ist aber kein Science Fiction. Und die Software könnte dann auch sagen, welche Aufgabe empfehle ich. Nicht das, was der Lehrer sagt, sondern das, was zu deinem Wissen passt. Also, ich spreche jetzt hier von KI. Ja, das haben wir alle schon mal gehört. Habe in meinem Video Schule 2030 schon mal erklärt. Deswegen wiederhole ich mich nicht. Aber es geht darum, dass die Lernsoftware einen Input gibt. Und dann kommt was vom Schüler. Und dann kommt wieder die Lernsoftware. Und dann kommt wieder was vom Schüler. So, nicht Wochenpläne. Einfach mal irgendwas schreiben, warten, bis eine Woche später korrigiert ist. So funktioniert Lernen 2030 nicht. Und dann sollte uns klar sein, also das schaffen wir nicht bis zum Herbst, bis zum neuen Schuljahr. Das schaffen wir auch nicht als Bayern alleine. Also, entweder kaufen wir es von China oder wir kaufen es von USA. Oder wir sehen uns als europäisches Team. Ja, und schmeißen mal ein paar Millionen zusammen. Und dann kriegen wir das auch hin. Aber das ist nur so ein Ausblick. Jetzt geht es hier so konkret. Super, dass ihr zugehört habt. Wenn wir jetzt konkret im Herbst besseren Unterricht wollen, brauchen wir besseres Material. Und dazu brauchen wir eben das Profi-Team, die gute freie Inhalte liefern. Und diese Info muss man weitergeben. Von allein kommt kein Schulminister auf diese Idee.